hallo liebe freunde willkommen zurück zu legend of the secret ultimate clicker vip edition deluxe 4.2 free version ja wir waren zuletzt hier ich denke mal wir müssen den diamanten abhauen hier genau den hier ja das ist auch ein free to play oh gosh wir alles hier klicken damit wir den wecker bekommen liebe klickerspiele jetzt mal alle alle münzen bekommen die wir kriegen können jetzt ich will diesen wecker haben was ist das für eine stimme da ja bist du es nein ich mache nur witze kleiner jetzt wo ich das schwert des lebens habe lasst uns die prinzessin ja ja den jahle münzen hier wirklich ein free to play starter paket wird die starter paket noch eine andere version ok nice der weg zum tempel ist endlich frei und wieder er ist einer der wachen des befürchtigten ja ja wissen wir schon außer du bist pioneer mitglied aber das bist du ja nicht ich vernichte ihn mit einem einzigen schlag mit diesen legendären 99 und was macht ihr noch schönes ich spiele ein klickerspiel da kann man das auch johlen zack 60 ach ja das spiel ist schon ganz geil muss ich sagen macht mir spaß auch wenn ich da ein bisschen sehr um die ecke denken muss aber das finde ich super erhöhen das spiel ist schon so funktioniert ich verstehe es nicht mir geht's gut ich habe kaum etwas gespürt ja war ein free to play ist okay wir müssen die was passiert wenn ich so mache immer noch okay vielleicht tut es doch ein bisschen weh ja das sehe ich kann ich irgendwas mit shop kaufen nein der shop ist nicht verfügbar vielleicht so erstmal gucken okay dann senken wir das ding mal ab so und vielleicht können wir das während des standard nein kann ich nicht wir haben nichts mehr wir haben keine gegenstände ne wir haben auch kein eventar ok so senken wir mal ab passiert nichts wenn wir das kaufen da haben wir ja um drei sachen ja toll wie soll ich denn darauf kommen jetzt ok wenn wir punchen dann geht er ein stückchen zurück wenn wir das ding aktiv wenn wir uns hochschießen das ding ist da dann schlägt das aber wenn wir landen dann kickt er uns weg wir können nichts machen weil es in dem ladebildschirm ist können wir denn so und dann so und jetzt das ding erhöhen damit er weg fliegt ich bin schlau ist gedacht sieht nicht so aus als würde er wieder runter kommen den sind wir los man spielt alle münzen weg ich hasse das endlich sind wir beim dimensionstempel vielleicht ist eine todesfalle und tot das wird eine weile dauern aber es ist machbar an die arbeit in der korean mmo ah kriegen wir hin na warte mal guck mal ich denke mal wir können mit der bombe das zerstören oh geil eine lootbox was kriegen wir denn diesmal ah what sort of trickery is this the arrow moving by itself the arrow moving by itself and for once i had nothing to do with it well i didn't the other times either i don't cheat ever we'd better leave that guy alone hm ah vielleicht kriege ich eine bombe paper please auch eine schöne anspielung an einem spiel oh ja die lootbox juhu was können wir denn diesmal ja ja das ist kein spiel das wissen wir ja shake your booty on move station 5 ich hab keine move station 5 aber mit der bombe können wir ihnen vielleicht schenken das runterfällt dann ist das erst papier können wir das papier dem typen auf dem klo geben ach gib mir doch nicht auf den sack mit deinen lootboxen her wir sind doch nicht bei EA 5 sekunden timer 5 sekunden 5 sekunden 5 sekunden ansgebebead 5 sekunden hoch 6 sekunden Ich habe wieder gebetet. Hast du das gesehen? Es gibt keine Chance, dass wir eine Million Coins gewinnen können. Das ist ein kleines Loch. Komm, fünf Sekunden gewäsch. Gewäsch! In der Zwischenzeit können wir ja erstmal ein paar Münzen sammeln. Na sehr gut. Lootbox, komm. Gib mir was geiles. Nee, schon wieder. Wir brauchen den anderen. Wir brauchen den Papiertypen. Und jetzt würde ich noch auf den draufklicken. Hä? Komm schon. Gib mir den... Oh, Maximum. Okay. Ja, ja. Sehr gut. Okay. Bombe. Ja gut, jetzt haben wir Papier. Oh ja, voll. Komm, jetzt brauchen wir den Paper Please Typen. Lootbox. Komm, gib mir eine Lootbox. Ja, das ist gut. Lootbox. Hier, Papier. Ähm. Ja, danke für das Gift. Okay. Was können wir denn damit machen? Ah, damit können wir die Bombe aufheben. Nein? Ah. Okay, okay. Das ist auch eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Komm, gib mir eine Lootbox. Lootbox. Sehr schön. Nein. Ah. Bin ich so gut in solchen Spielen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, Lootbox. Sehr schön. Nein. Ah. Komm schon. Gib mir jetzt diese... Gib mir das, was ich haben möchte. Schön. Wo wir sehen. Lootbox. 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 In der Lootbox, bitte. Ah. Das ist mein Geld. Kann ich noch eine Bombe kaufen? Nein. Schade. Komm jetzt. Ah. Lootbox. Komm. Ja, sehr gut. Nein. Tut mir leid, Leute. Diesmal schauen wir's. Schaut mein Plumpel, mein Plumpel, mein Plumpel, Plumpel, Plumpel. Ich benutze ihn gerne zu meinem Plumpel. Ja. Ja. Die Box. Ja. Gut. Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Boom. Tschakalaka. Boom. Lootbox. Ja. Ja, Sir. You won a million Coins? We are rich, User. Who will be able to spend it all in this rich place? Haha. Nice. First try, Leute. Ich glaube, ich habe genug Münzen gefunden. Wir können endlich in das verlieren. Bravo, Hero. So. You're very powerful. Ja. Well, well, well. The Boss of Skis is here already. Perfekt. Ich komme nicht dran. How convenient. But, why did they put it up there? Damit der nicht drankommt. Easy peasy. Oh nein, es ist zu dunkel. And here are the switches. In a kit. Was wünsche, Alter? Ich sehe nichts. I think you're about to see them, Hero. As soon as we can already come. Ich bin eine. Ich bin eine. Ich bin eine. Ach ja. Ey, warte mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Das muss das bedeuten. Endlich Licht. Ich glaube, die hier ist zuerst aufgetaucht. Ernsthaft? Ich habe ihm nichts angefasst. Alter. Typ. Lass das. Hör auf, das Spiel zu spielen. Ach ja. Klicky, klicky, klicky. So. Haben wir erstmal genug. Okay. Gucken wir mal. Also. Der sagt eins. Zwei. Drei. Vier. Endlich Licht. Endlich Licht. Dann die hier. Dann die da unten. Und den da oben auch. Und die letzte. Hahaha. Doch nicht so dumm, wie ich dachte. Oh. Fantastisch. Knusper, knusper Müsli. Ich hatte schon ein kleines Loch in dem Magengrube. In der Magengrube. Oh. Why did that column fall down? Ah. Aha. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Wir müssen noch ein Knusper Müsli bekommen, damit unser Balken größer wird. Damit wir das da hin pushen können. Ja. Ok. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse Sudoku. Ich hasse Sudoku. Oh Gott. wir müssen jetzt rausfinden welche nummern fehlen und die sache ist die in welcher reihenfolge ich glaube das ist eine 3 die hier fehlt 3 oh gott leute oh gott ich bin nicht gut in so doku nein du musst dich freikaufen nein da wird dann wohl try and arrow auch gott das sind sechs stück aber das so druck muss jedes quadrat das aus neun quadraten zusammengesetzt ist die zahlen 1 bis 9 das kenne ich ich weiß wieso druck funktioniert du brauchst vier ziffern für die kombination seht ihr die position jedes quadrat quadrat es an und die fehlenden zahlen an ja toll das hat mal okay mittlere oben da und da okay oh gott okay hier haben wir eine 3 das heißt als drittes der hier 1 als erstes den hier 1 ok 4 2 ok 1 2 drei vier ob ich mal bitte seid richtig endlich schlecht ich glaube die hier zuerst aufgetaucht die hier und es war falsch ok und noch einmal oh gott ich sollte uns aufschreiben ich glaube ich sollte mal aufschreiben gut mit dazu druck wieder das gleiche und genau das gleiche ok also wir wissen schon mal der hier war richtig so ok 287 16 9534 dann ist das dritter ok dann wir 4 fehlt hier 1 3 4 muss das 2 sein 1 3 4 das sollte richtig sein ja ja sehr gut nein ok also 1 2 das haben wir das schon mal hier diesen beide schon mal richtig gut ups das war es wohl das war wohl falsch das war wohl falsch ok gut wir wissen schon mal das hier und das hier und dann würde ich sagen das hier und das hier so testen wir mal endlich licht und das wart licht ich glaube die hier ist erst aufgetaucht und dann die hier und dann der da ganz oben ja der hier ja ok und dann der hier was haben wir jetzt ok vollständig illustriert nur 9,99 euro offizieller leitfaden ok ok gut zu wissen 5-10-Clicks hier das ist eine sehr geile idee gewesen das supergeile idee ok gucken wir mal ja nice sehr gut poah wo du mal zeit hier ja wo du den dicken schlüssel Es gibt es nur dich und mich, Dark Lord. Boah, zieht das an Energie. Da bloß ich die Energie behalten, geht es weg. Sehr gut. Der Raum ist zu dunkel. Aber liebe Freunde, ebay, ebay.com, ebay. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, ganz wichtig, weil es euch jetzt gefallen hat. Und natürlich kommentieren. Kommentieren, wenn ihr was zu sagen habt. Wenn nicht, dann kommentiert auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hatte Rainer Dreamplay. Ciao, ciao.